Willkommen zurück bei Onkel Zock, ihr Freunde des heiteren Zockens und wir kommen zurück bei Super Ghouls & Ghosts und zwar Level 4. Wir sind schon bei Level 4 und wir haben uns in Level 3 gut geschlagen. Wir haben uns echt gut geschlagen und ich bin heiß auf das Spiel und deswegen fangen wir direkt an. Gar nicht große Blabla sondern direkt Zock Zock. Okay Level 4, Super Ghouls & Ghosts. Ich bin gespannt was uns jetzt alles so erwartet. Wo sind wir denn hier? Sieht aus wie ein Magen, als ob wir im Bauch von irgendeinem Vieh sind. Ich erinnere mich an das Level. Ich glaube das dreht sich später. Naja, wir haben die grüne Rüstung. Los geht's. Okay, machen wir den guten alten Kisten Trick und der hat funktioniert und da war so ein guter alter blöder Zauberer. Ah, guck mal da wächst ein Dämon aus dem Fleisch. Beeindruckt uns nicht. Beeindruckt uns nicht. Alter, wir haben schon Zombies platt gemacht. Wir haben schon Geister platt gemacht. Fisch, Viecher und Oh. Ah, ja. Uh. Geil. Geiles Level Design. Geil. 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 Uff. Mehr Glück als Verstand. Und, 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 und. Wir haben schon Riesenvögel platt gemacht und habe ich schon gesagt Geister. Die habe ich besonders gehasst. Oh, Upgrade. Mmh. Upgrade von diesen Feuerwesen aus dem ersten Level oder was? Da unten sind wir. Level 4. Okay. Gut, gut, gut. Das war, ja, für den ersten Run. Mein Gott. Klar. Muss ja auch schwerer werden. Mmh. Ich probiere es nochmal mit meiner guten alten Arbrust. So, also. Wie ich schon sagte. Wir haben schon ganz viele Typen platt gemacht und deswegen ist uns jetzt total egal, dass da irgendwelche Dämonen aus irgendwelchem Fleisch wachsen. So. Die Typen da oben, die gehen wir allerdings ganz schön auf. Ja, ich bereue bisher nicht, dass wir den, äh, dass wir die Armbrust genommen haben. Super. Äh. So, ich glaube, wir haben immer nur begrenzt. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Idee mit dem Armbrust. Da guck mal, Leute. Guck, 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 so läuft das. Yes. Da bin ich wieder. He-Man. Oder so. Ja, ja, Armbrust ist auch hier cool. Nein. Ah, Hitbox war nicht nah genug. Pech gehabt, Dämon. Ja. Gut, gut, gut. Frame Drops. Ja. Ja. Ja, ja, ist klar, Leute. Es ist ein absolutes Wunder, dass ich noch lebe. Okay, gut. Wie, ähm, ja. Pfff. 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 Gut. Wie sag ich immer, beim dritten Mal klappt's? So. Ah, hat's nicht sogar im zweiten Level beim dritten Mal geklappt? Nee, ich glaube nicht. Äh, beim dritten Level mein ich. So. Egal. Concentration. So. Nimm das, Dämon. Okay, keine Zeit für dich. Tsch, 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 tsch! So viel Zeit muss sein. Durst. Oh ja. Ui, hau ja. Oh ja. Ah, langsam krieg ich Routine. im dämon schlachten schon was gehört meine zielsuchenden geschosse machen das schon für mich alter stress der ort des verreckens okay ich muss mir erstmal ein bisschen luft verschaffen ich komme ich jetzt okay ich merke schon dass lebeziten hat ein bisschen angezogen so hier ist ja immer nur quatsch drin aber ich glaube ich muss die kiste aufmachen damit das schöne durch rotiert mit dem was drin ist so komm jetzt keine zeit für dich mal wieder aber typ nie hat jemand zeit für dich jetzt schießt er schräg witzig guck mal typ ich mache ich sogar ohne grüne rüstung platt siehst du mal ja ich gehe zu satan und heulen was vor dass ich dich ohne grüne rüstung platt gemacht habe ich rede mit quatsch geschoss warum meine geschosse sind verwirrt jetzt so leute jetzt kommt gleich wieder die stelle an der ich eben die ganze zeit draufgegangen bin jetzt gehen wir das ganze mal etwas ich schwöre euch ich habe auch den sprungknopf gedrückt ich schwörs jetzt gehen wir das ganze ein bisschen besonder an wollte ich sagen ich bin noch am leben die max nun endlich daraus oder ja ich muss weiter leute hat das bald ich bin in diesem moment habe ich nach oben gemacht weiter hilft alles nix ok jetzt aber jetzt wird es persönlich jetzt wird es persönlich besser nein es ist schon ganz gut mit dem schräg hoch schießen wenn ihr denkt ich gebe so schnell auf ihr dämonenpack dann habt ihr euch aber so was von ach der typ für den man keiner zeit hat vergessen ok ok leute gleich wenn wir wieder an der stelle sind der wir die ganze zeit kaputt gehen müssen wir ganz cool bleiben ober cool das gegenteil von dem was ich gerade gemacht habe das müssen wir gleich tun gut dass die axt keine hitbox ist ok ich merke schon ich merke schon das wird so ein desaster wie in level 2 das wird so ein desaster wie in level 2 egal ok ich bin eins mit dem pad ich bin eins mit dem control mit dem controller und ihr habt deswegen keine chance so nah genug und baller 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 da darf gar nicht erst hinzu kommen so nein 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 ach ja ich hab ja die silberne rüstung verloren ok ok ach ach kuck 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 wäre ja langweilig wenn es einfacher werden würde ne so cool bleiben das was silberne rüstung behalten so damit wir gleich die grüne bekommen so jetzt habe ich mich endlich mal um den da gekümpfen was ist ein oben nein guten Gut, diesmal machen wir nicht auf cool, nehmen direkt das hier, damit wir besser klarkommen. So, okay, auch ein guter Trick, einfach abhauen. What the heck? Das ist doch nicht wahr. Na ja, ja, Freunde, so läuft das. So, wie muss ich stehen? Ah, Stress! Nein. Es muss doch irgendwie möglich sein. Ja, den von hier unten abzufallern. Dieser Typ kommt ja eh ständig wieder. Okay, wir sind wieder hier, wir sind wieder hier, wir sind wieder an dieser vermaledeiten Stelle, wo wir die ganze Zeit drauf gehen. Also, besser konnte ich nicht stehen, Alter. So, es läuft, es läuft wieder, es läuft wieder. Wir sind endlich weitergekommen. So, nicht wieder zu früh hoch. Okay. Oh, ne. Wenn sich das nicht lohnt, ey. Okay. Okay. Bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Ja, ja, weiche zurück. Äh. Eoh. Holy Macaroni. Links oder rechts? Links. Links sah besser aus. Okay. Something happens. What? Uh. Uh. Zweiter Levelabschnitt. Gut, dass ich die goldene Rüstung habe und... Das blaue Schild. Ah, ne, habe ich nicht. Ich habe gar nichts. Ich habe wenigstens... Oh. Uh. Ha, ha, ha. Ihh. Klipper. Ich habe wenigstens meine Armbrust. So. Okay. Oh, Leute. Stress. Stress. Okay, Leute. Da stehen aber mindestens drei Schäferstündchen an. Für das, was ich hier auf mich nehmen muss. Und ich bin tot. Ja, gut, wir sind im zweiten Abschnitt. Das ist cool. Wir sind im zweiten Abschnitt. Okay. Sieht schon eklig aus. Aber geil auch irgendwie. Waaah. Äh, geil. Also, ne, nicht geil, aber cool halt. vom Level-Grafik-Stil her. So, okay. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Oh, oh. Rücken. Oh, so. Okay. Gut, Leute. Was, was kommt da noch alles auf uns zu, frage ich mich. Nicht in die Pupse reinlaufen. Nicht reinlaufen in die Pupsi. So drüber hüpfen, cool bleiben, da ist Pups. Oh, Glück gehabt. So. Zack. Ich glaube, da hinten, wenn ich da weitergefahren wäre, da gibt es, glaube ich, was. Mir aber nicht sicher. Du, 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 du. Ich war gerade abgelenkt. Mist. Gut, das war blöd. Okay. Naja. So ist das manchmal. So, Leute. Jetzt aber. Jawohl. Langsam kriege ich so die Timings raus. Das ist der Vorteil, wenn man sich mal verreckt. So. Okay. Das hätten wir schon mal. Boah, das war äußerst knapp. Willst du mich ver... Kackeiern? Was war das denn, Alter? Da kommt er auf einmal wieder angeschossen. Egal. So. Kommt jetzt. Na, na, na. Und über den hüpfen wir drüber. Und über den auch. Wirft das mal was Neues. So, also diesen ersten Mini-Abschnitt da, dann schaffen wir ja immer. So. Und jetzt kommt er dann wieder angeschossen. Oh, ich dachte, ich wäre genug gelaufen... äh, genug rübergerutscht. Scheinbar nicht. What? Ui, boah, aber... Also da hatte ich mehr Glück als sonst was. Okay. Ah, okay. Dann gehen wir mal weiter durch diesen Magen. Oh, Mann, ey. Nochmal. So eine Plattform. Ich hätte nochmal gerne Kiste, bitte. Oder sagen wir es direkt, ich hätte gerne Rüstung. Mir ist kalt. Und hier ist alles glitschig. Das ist eklig. Blödbarfuß. Das klingt nicht so gut. Das klingt sogar nach Entboss. Na toll. Ein dreiköppiger Drache. Ich habe die richtige Waffe. Gott sei Dank. Aber... Aber ich... habe keine Rüstung. Okay. Boah, Alter, da geht aber die Super Nintendo oder die Emulierung in die Knie. Es lebe die Armbrust. Okay, einen haben wir schon mal kalt gemacht. Zwei haben wir kalt gemacht. Jetzt fehlt nur noch der letzte. Was ist das denn? Willst du mich verholen? Was, 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 was? Hä? What? Nicht ernsthaft, oder? Okay, das war cool. Ja! Ja! Oh! 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 Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das vierte Level geschafft. Vierte? Fünfte? Wo sind wir? Zombie? Geister? Geister? Magen? Ja, vierte Level, ne? Wir haben das vierte Level geschafft. So. Boah, bin ich groggy, ey. Also dieses hier war echt stressig. Yes! Prinzessin, wir kommen immer näher. Leute, das war Level 4 von Super Goose and Ghosts. Und das vierte Level, also das dritte, da kam ja ziemlich gut durch, aber das vierte, das war eine harte Nuss. Auf jeden Fall. Also da sind wir ganz schön oft drauf gegangen. Naja, aber wir haben es geschafft und wir nähern uns der Festung und dem letzten Level und dem Endboss. Also es ist noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in Level 5, aber wir nähern uns der Geschichte und dann kann ich endlich meine Rechnung begleichen. Und den Endboss zum allerersten Mal besiegen. Aber naja, bis dahin ist noch einiges zu tun und nächstes Mal geht es weiter im fünften Level und dann kommen wir in eisige Gefilde. Bis dahin, ich freue mich drauf. Tschüssi. Tschüssi.